Doch auch Panzer können Pannen haben. Wie ein Bergepanzer während der Fahrt auf der Staatsstraße 2236 bei Lauterhofen im Landkreis Neumarkt. An dem Gefährt riss eine Kette. Die Straße war blockiert, mit Werkzeugen und reichlich Muskelkraft bekamen die Soldaten den Panzer nach einiger Zeit aber wieder flott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017